Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Radreise durch Belgien und die Niederlande. Heute nehme ich euch mit auf die Etappen 5 bis 8 und lasst euch überraschen, was es da alles zu sehen gibt. Es war wunderschön, ich war total begeistert. Viel Spaß beim Zuschauen! Gestartet bin ich ja kurz vor Brüssel von dem kleinen Campingplatz und bin auf jeden Fall erstmal nach Brüssel rein. Europäische Hauptstadt, das muss man sich dann doch mal irgendwo anschauen und mal so ein bisschen da durchfahren lassen. Es war mir tatsächlich auch ein bisschen zu groß, zu viel Verkehr, zu laut, wenn man da so schon ein paar Tage durch das Ländliche geradelt ist, mag man dann solche großen Städte nicht mehr so. Trotz allem war Brüssel sehr schön, hat eine sehr schöne Altstadt. Ich mag ja auch diese Architektur in diesem Flandern, also diese flämische Architektur und bin an diesem Tag bis Antwerpen geradelt. Direkt in Antwerpen gibt es einen Campingplatz. Der war tatsächlich richtig voll, da war es jetzt nicht überfüllt, aber der war schon richtig gut gefüllt. Der liegt aber sehr sehr praktisch, man muss nur bei der Fähre über den Kanal oder es gab glaube ich auch einen Tunnel, wo man unter dem Fluss langfahren konnte. Den habe ich aber irgendwie nicht gefunden, also musste ich mit der Fähre hoch und da das auch Ebber und Flut schon dort Einfluss hat, war diese Abfahrt dann von der Fähre ziemlich steil. Ich musste das also ziemlich hoch schieben, das Rad. Das habe ich alleine trotz Schiebehilfe gar nicht hinbekommen. Das war so steil, da haben dann einfach ein paar Leute mit angepackt und haben mit geschoben. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen, irgendeiner hilft immer. von der Fähre hoch! Bei meinen B ich ich Musik 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 Am nächsten Tag bin ich dann erst mal ganz gemütlich durch Antwerpen gefahren. Da hatte ich am Abend vorher keine Lust mehr dazu. Mir war das doch einfach zu voll und da dachte ich mir auch, komm, das machst du frühs, da ist die Innenstadt noch schön leer, da kann man da ganz gemütlich durchschieben. Das ist generell immer eine ganz gute Idee, solche Großstädte entweder am Wochenende, vormittags oder dann auch in der Woche frühs zu machen, bevor die Geschäfte öffnen, bevor da der ganze Trubel losgeht. War auch sehr schön, Antwerpen ist wirklich eine tolle Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss nebenbei so ein bisschen jetzt auch auf meinen PC gucken, weil dann doch einiges passiert ist und es einiges zu sehen gab auf den Kilometern der nächsten Tage. Das kriege ich jetzt auch aus dem Kopf nicht immer alles so hin. So, es ging also von Antwerpen wieder raus aufs Land. Da gibt es in Belgien so Erdbeerautomaten. Also wie man bei uns so diese Milchautomaten kennt, gibt es dort Automaten für alles Mögliche. Und da gab es zum Beispiel einen Erdbeerautomat. Und die habe ich mir natürlich dann ein Schälchen Erdbeeren gegönnt. Das war sehr lecker. Dann gab es irgendwo Kunst am Weg. Da waren Skulpturen mitten auf dem Feld. Also auch ganz überraschend, fand ich ganz spannend, was man da alles macht. Dann ging so ein ganzes Stückchen einem Kanal lang. Und dann bin ich noch in Gent reingefahren. Also Gent lag auch dann direkt auf dem Weg. Das ist auch eine wunderschöne Stadt gewesen, Gent. Da war ich total überrascht. Da habe ich da an dem Marktplatz gesessen und habe mir tatsächlich mal so belgische Fritten. Also das ist ja nicht so nur so Pommes, sondern das sind ja so gefüllte Sachen auch. Also wie so Kroketten, belgische Kroketten. Habe ich mir dann mal gegönnt und habe das mal ausprobiert. Auch total lecker. Also Gent hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Dadurch die Altstadt. Und kurz in der Gent habe ich dann auf dem Campingplatz übernachtet. Bis zum nächsten Mal. 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 Von Gent ging es für mich erstmal so ein ganzes Stückchen Richtung Süden. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich Richtung Süden abgebogen bin. Aber irgendwas muss da gewesen sein, was ich mir anschauen wollte. Da Belgien und Niederlande ja generell viele Kanäle haben, haben die natürlich auch immer eine ganze Menge Brücken. Und das ist ganz spannend, was sie dann für Konstruktionen haben, um diese Brücken zu öffnen für den Schiffsverkehr. Und da war eine Brücke, das war so eine Brücke, die wurde einfach nach oben geschoben. Und damit die Schiffe da unten drinnen und damit die Schiffe da unten drunter durchfahren konnten. Also auch das ganz spannend zu beobachten, wie das in Belgien so funktioniert. Tournée war dann die Station des Tages, das ist dann die Walisische Ecke von Belgien und dort wird Französisch gesprochen. Also da kam ich dann auch auf dem Campingplatz nicht weiter, den ich da anvisiert hatte. Die haben kein Englisch gesprochen, die Leute. Ich bin dann in die Touristinformationen und die hat dann für mich diesen Campingplatz klar gemacht und hat mit den Leuten dann gesprochen. Aber vor Ort konnte ich da selber auch nicht wirklich was klären, weil die nicht wirklich, ja, es war keine Verständigung möglich. Aber es hat alles funktioniert. Ich konnte mein Fahrrad laden und das war so ein ganz kleiner Campingplatz so am Rande der Stadt. Also ganz entspannt alles. Irgendwie funktioniert es immer. Das war so ein ganz kleiner Campingplatz. Das war so ein ganz kleiner Campingplatz. Und natürlich performing es auf unsere Pfle. Von Tournee weiter Richtung Kortrick. Das Wetter war an dem Tag leider nicht so schön, das war sehr schade. Da bin ich direkt in einen Stadt-Triathlon gekommen. Also da war alles abgesperrt, aber ich dachte mir, okay, das guckst du dir jetzt mal an. Habe mich da in den Straßencafé gesetzt, direkt an der Rennstrecke und habe so ein bisschen die Leute an mir vorbei laufen lassen. Das war gerade der Laufteil, der da stattfand. Ja, weiter ging es dann für mich Richtung Norden. In Kortrick wollte ich mir eine Brücke anschauen. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder, warum ich diesen Weg gewählt habe. Da gab es so eine ganz besondere Hängebrücke, die in so einer S-Form gemacht wurde, nur für Radfahrer. Die war zum Glück frei. Die konnte ich mir also anschauen. Ganz spannende Konstruktion. Und dann ging es weiter Richtung Norden, Richtung Nordsee. Irgendwann war ich auch tatsächlich an der Nordsee angekommen. Und dann die nächsten Tage geht es dann erst mal ein Stückchen am Wasser lang. And Koreans Becca. Und dann sollte ich ihr vers konen für mich. Und dann gibt es dann auch ein Stückchen am Ferm. Und dann geht es dann halt Unteruchenglager, was zu einem Schlossel? Und dann geht es dann noch so ein Stückchen amANC. Und dann geht es dann noch nicht eben so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020